So, das ist die Energy YouTube Show mit Jonas Mann und heute auch mit Annika Hansen. Hallo, schön, dass du da bist. Hallo. Die Energy YouTube Show. Das Interview. Guten Tag. So, jetzt erzähl doch mal, was machst du auf YouTube? Das ist das allererste, was du hier erzählen musst. Das ist immer deine erste Frage, ne? Ja, immer. Das muss sein. Ich bin Annika Hansen und ich mache Beauty, Fashion und Lifestyle. Nein, nicht wirklich, aber ich wollte das immer mal sagen. Das hört sich so schön an. Ich mache Beauty, Fashion und Lifestyle. Hallo! Nee, noch schöner finde ich Interior. Das habe ich vorhin gelernt. Das finde ich ganz sexy. Aber nee, eigentlich mache ich Pferd, Chaos und Follow-me-Around oder so. Pferdchaos und Follow-me-Around. Hört sich eigentlich ganz gut an. Hört sich nach einer Serie an. Hört sich nach einem echten Konzept an. Pferdchaos und Follow-me-Around mit Annika Hansen. Ist doch schön. Wie alt? 33. Wo wohnst du? Köln. Wie wohnst du mit Partner alleine in der WG oder bei den Eltern? Alleine. Alleine, okay. Aber inzwischen auch fast mit Partner. Also irgendwie zieht der so sukzessive ein. Ich habe schon einen halben Schrank abgegeben. Das kennt man, solche Männer. Die zecken sich dann so rein und dann plötzlich wird man die nicht mehr los, ne? Ja, ich lasse ihn sich reinzecken. Was machst du sonst noch alles? Weil du machst ja noch ein paar andere Sachen. Erzähl mal ganz kurz. Eigentlich habe ich so als Moderatorin angefangen und habe so ganz klassisch Fernsehen gemacht oder Events moderiert. Und ja, da ist man ja doch irgendwie relativ gebunden beziehungsweise kriegt immer gesagt, was man machen soll. Und dann kam YouTube und die große Freiheit. Ja, genau. Das wollte ich nämlich jetzt als nächstes fragen. Von Fernsehen zu YouTube. Oft versuchen die Leute es ja andersrum. Die versuchen ja, mit YouTube so bekannt zu werden, dass sie dann sogar ins Fernsehen dürfen. Die wissen nicht, auf was sie sich einlassen. Ich sage das auch immer wieder, ja. Man kann froh sein, wenn man da raus ist aus der ganzen Nummer. Nee, aber Fernsehen hat ja auch seine Vorteile. Man verdient zum Beispiel viel Geld. Also zumindest im Vergleich zu YouTube. Ja, nee, aber was ist das an YouTube, was dich da so turnt? Also als erstes muss ich sagen, Fernsehen ist wirklich schön. Es macht schon Spaß. Und ich liebe vor allem meinen Job als Moderatorin. Also es macht Spaß, die Leute zu unterhalten. Aber es ist natürlich immer ein großer Sender da. Es ist ein Werbekunde da. Es gibt Leute, die einem sagen, was man tun soll. Und auf YouTube habe ich mich so ein bisschen neu entdecken können, weil plötzlich saß halt keiner mehr da, der sagt, zieh das an, sei so, rede diese Sätze. Und plötzlich konnte ich mir selber Sachen aussuchen und ausdenken. Und das ist halt eine Kreativität, die man beim Fernsehen nicht unbedingt so hat. Und das macht einfach richtig viel Spaß. Ja, und ich glaube, es ist ja auch so ein bisschen, ich habe auch schon öfters mal fürs Fernsehen was gemacht. Und dann hat man halt plötzlich dieses Gefühl, ja, endlich kann ich mal der sein, der da bestimmt. Ich bin mein eigener Boss. Genau, ich bin jetzt hier auch der Typ hinter der Kamera, Batschi. Das ist doch dieses Gefühl irgendwie, dass man einfach so, ist doch scheißegal, was ich gerade mache. Weißt du, so, haha, ich mache es einfach. Ja, man kann halt jeden Scheiß machen. Und ich habe am Anfang bei mir total gemerkt, dass ich so eine Hemmschwelle hatte und gedacht habe, ach, das kannst du nicht sagen. Nicht so. Und das habe ich manchmal immer noch. Aber ich kann halt alles machen, weil im Zweifelsfall kann ich es rausschneiden. Genau. Oder ich kann es halt drin lassen. Und das finde ich eigentlich viel cooler. Was ich ganz spannend finde, ist, dass ganz oft die Frage kam so, ach so, jetzt machst du YouTube, kriegst du keine Jobs mehr im Fernsehen, Abstieg, weil ich mir denke, das ergänzt sich megacool. Also ich würde nichts abgeben wollen. Naja, das ist halt auch so eine Sache, was viele noch nicht verstanden haben, dass so ein YouTube-Channel, das ist ja nicht nur so, dass man da erfolgreich ist, wenn man 200, 300.000 Abonnenten hat, sondern das ist auch quasi heutzutage ein Stück weit, finde ich, eine Art und Weise, seinen Lebenslauf zu präsentieren, sich zu präsentieren, um sich auch wieder zu empfehlen für andere Sachen. Das ist ja auch voll cool. Also so ist das bei mir auch immer gelaufen. Ich habe YouTube gemacht, habe aber dann, ich war da nicht mega erfolgreich, aber Leute sind auf mich aufmerksam geworden, die dann in den Medien waren und dann gesagt haben, ey, den brauchen wir für das und das. So kann es ja auch irgendwie laufen. Das muss man halt auch immer sehen. Absolut. Kenne ich auch. Das Schöne ist, wenn die Fans einem sagen, ich habe dich im Fernsehen gesehen, mochte ich dich nicht. Auf YouTube, du bist echt lässig. Ja, aber das habe ich auch gedacht. Du bist auf YouTube sehr, sehr glaubwürdig. Also das wirkt so, als wärst du wirklich genau, als wärst du genauso, wie du da auch bist. Ich weiß nicht, ob das schön oder schlimm ist. Ja doch, es ist schön. Es ist halt erstens schön, also du scheinst ein sehr sympathischer, angenehmer Mensch zu sein, aber zweitens ist es auch schön, weil du dich nicht verstellst. Und das ist halt so, das ist ja mittlerweile dann schon so, viele spielen eine Rolle da auf YouTube. Und du machst es eigentlich noch so, wie man es machen soll. Du zeigst einfach dich und deine Personality und dein Pferd und deine Sachen, die du so gerne machst. Weil es für mich halt irgendwie auch so ein bisschen, ja, Befreiung hört sich immer so dramatisch an, aber wenn man das andere kennengelernt hat und durchaus auch schon mal so die eine oder andere Show hatte, wo man, naja, nicht so erfolgreich war, weil man Dinge gemacht hat und man nicht man selber war. Das ist so geil, ich kann jeden Tag aufstehen und nicht selber sein, das ist echter Luxus. Sehr gut, ja, das ist für andere Leute normal, aber in dem Job, ne. Macht das Spaß, die Leute so nah ranzulassen? Ist das auch was, was dir Spaß macht oder sagst du dann, oh, es wird mir dann manchmal doch zu eng? Ich finde das extrem schön, die Leute so nah ranzulassen, weil auch das was war, was ich vorher halt nicht so hatte. Also ich glaube, dass ich auf Facebook, damit hatte ich damals angefangen, immer schon relativ nahbar war. Aber das ist für mich halt komplett anders jetzt auf YouTube. Also die auch mit zu meinem Pferd zu nehmen, das ist halt eigentlich super privat. Ja, klar, voll. Aber ist schön. Ja, cool. Wölbchen heißt dein Pferd. Oh, Wölbchen. Kennst du Wölbchen schon? Hast du sie angeguckt? Ja, ja, ich hab's natürlich, hab ich alles gesehen, ich weiß genau Bescheid. Schönes Pferd, ja. Danke. Aber die Füße sind halt schon ein bisschen gut, dann kannst du nicht mehr so viel springen und so. Oh, richtig. Ja, ich weiß Bescheid. Aber guck, du kriegst auch ein Grinsen ins Gesicht, das passiert mit allen, die Wölbchen-Videos gucken. Alle grinsen irgendwie und denken sich so, meint die das ernst? Ich kann auch ganz gut rein, ich bin früher auch, war ich viel auf dem Pferdehof, man glaubt's gar nicht, aber stell dir vor. Was bist du, geritten? Esel? Ne, so Kaltblüter. Echt? Ja. Und auch Voltigieren hab ich mal gemacht. Im Ernst? Ja, mit Zehen. Das glaubt man gar nicht mehr, ne? Aber ist so, ja, ja. Also wenn du mal in Köln bist, dann lade ich dich ein zu Wölbchen, dann kannst du die mal füttern. Ah, krass. Was ist das für ein Name? Wölbchen? Boah, das ist ganz schwierig, das ist eine ganz schlimme Geschichte. Erzählen! Ich hab da letztens auch ein Video zugemacht, die hat eigentlich halt natürlich einen richtigen Namen, den wir nicht nennen wollen. Okay, von und zu so und so? Ja, nee, so anders, halt so ein Turniernamen. Und ihr Vater heißt aber Wolkenstein, irgendwer hat sie Wölkchen mal genannt als Spitzname und irgendwer war zu dumm, K zu schreiben, hat ein B geschrieben, also was Wölbchen und seitdem ist es das Wölbchen. Okay, das ist ja eigentlich eine einfache Geschichte. Eigentlich eine einfache Geschichte, wenn wir jetzt über den richtigen Namen reden würden, das ist anders auch. Das dauert ewig, okay. So viel Zeit haben wir nicht beim Radio. Okay, alles klar. Aber das hab ich ein YouTube-Video drüber gemacht, da kannst du das nachhören. Ah, okay, das hab ich noch nicht, also das können wir uns alle nochmal reinziehen auf YouTube, ah ja. Ist das ein Kanal für Pferdemädchen? Kennst du den Ausdruck Pferdemädchen? Pferdemädchen ist eigentlich mein Ausdruck. Hashtag Wölbchenliebe. Ja, okay. Also ist das ein Kanal für Pferdemädchen oder glaubst du, du kannst mit diesen Pferdevideos auch Leute erreichen, die sich eigentlich nicht für Pferde interessieren? Ich hatte nie den Plan, einen Pferdekanal zu machen. Ich wollte eigentlich halt festen Beauty- und Lifestyle machen. Aber es ist ja Lifestyle. Irgendwie hat sich das mit dem Wölbchen halt so entwickelt, dass sie irgendwie so der heimliche Star vom Kanal geworden ist. Also ich versuche auch immer noch andere Videos zu machen, die kommen halt nicht so gut an. Und da alle immer so, hey, wann kommt ein neues Wölbchen-Video. Also es ist ein Kanal, den tatsächlich viele Mädels gucken, was ich toll finde, weil es eine neue Zielgruppe ist. Ja. Aber ich versuche auch nach wie vor, was für die anderen zu machen. Okay. Und dann gibt es noch Marcel in deinen Videos, ja? Ja, geil, ne? Ja, und der... Das ist der reingesteckte. Ja, ja, genau. Das kriegt man ja irgendwie mit. Und der nimmt das Ganze mit Humor, aber der ist auch noch nicht so 100% überzeugt, dass das irgendwie Sinn macht, oder? Das mit dem Kanal oder mit Wölbchen? Ja, das alles, dieses ganze Ding da. Ich kenne kaum jemanden, der so hasst, vor der Kamera zu stehen, ja? Der hasst Selfies. Aber du zwingst ihn trotzdem. Und er hasst Videos und er sitzt da immer und... Also der will echt wegrennen in dem Moment, aber ich zwinge ihn halt, weil ich das lustig finde. Und ich finde das auch ganz charmant, weil man das halt merkt, dass er das eigentlich auch nicht möchte. Ja, ich finde es auch. Das ist sehr charmant. Das ist sehr sympathisch auch an ihm, dass er halt so eigentlich nicht will, aber na gut, dann im Urlaub lacht er dich dann mal wieder aus oder so. Das fand ich auch eine sehr schöne Szene, wo du irgendwas dich versprochen hast und er schmeißt dich einfach weg. Ja, das meine ich halt. Geht ein bisschen auf meine Kosten. Geht auf deine Kosten, aber ist halt dann auch wieder so sympathisch, weil es halt echt ist, weil sowas passiert einem einfach im Leben. Man sagt nicht immer genau das Richtige und solche Sachen. Deine missglückte Moderation. Hast du eine Story, wo du mal so richtig daneben gehauen hast oder so richtig ins Fettnäpfchen getreten bist oder irgendwie... Auf YouTube oder im Fernsehen? Nee, insgesamt. Meine erste Event-Moderation vor vielen Jahren. Das war eine absolute Katastrophe. Ich meine ganz im Ernst, das ist ja auch ein Beruf, den du nicht wirklich lernst. Du machst zwar mal so Sprechtraining und Coaching, aber eigentlich stellen die dich dahin und sagst, so jetzt moderierst du ein Event. Genau. Und ich habe eine Galerieeröffnung in Stuttgart moderiert. Ja. Ich glaube, der Typ ist Mike Azzato, das muss ich jetzt nochmal sagen, weil ich kann den Namen inzwischen. Ich habe es halt 30 Minuten lang komplett falsch ausgesprochen. Der Künstler stand neben der Bühne mit einem rauchenden Kopf, die Veranstalter komplett fertig. Ich habe fleißig weiter Witz über Köln und Düsseldorf gemacht, obwohl ich in Stuttgart war. Ja, es war ganz schlecht. Ich war so überfordert. Ich hatte ein Blackout und ich bin von denen auch nie mehr gebucht worden. Ach echt? Das ist ja komisch. Ja, aber ich habe es dann irgendwann gelernt. Irgendwann guckt man sich andere Leute an und dann wird man besser und dann weiß man auch, wie man sich vorbereitet. Dein schönster Moment auf YouTube oder dein schönster Moment vor der Kamera, sagen wir das so? Oh, da gibt es ganz viele. Das ist ganz schwer zu sagen. Da gibt es nicht einen schönsten. Oder einen der schönsten Momente vor der Kamera? Für mich ein toller Moment war, das erste Mal Samstagabend live eine Show zu moderieren. Das war das, wo ich immer gesagt habe, danach darf man sich Moderatorin nennen, vorher nicht. Ah ja, okay. Und Elton Stock live habe ich moderiert und war das erste Mal live Primetime. Das war fett. Ja, stimmt. Da weiß man schon, da gucken auch ein paar Leute zu. Fatsch ein bisschen Herzklopfen. Ja, das glaube ich. Als der Glitzer von der Decke geflogen ist am Schluss, weißt du immer so am Showende, ich habe den Glitzer aufgehoben. In die Taschen gesteckt. Tatsächlich. Meiner Managerin eine Handvoll von diesem Glitzergebnis gesagt, das kommt in meine Erinnerungskiste. Ja, cool. Das ist ein guter Moment. Okay, das ist eine schöne Story auf jeden Fall. Ein volles Mädchen. Ja, aber du bist ja auch ein Mädchen, darfst du ja dann auch sein. Das war's, wir sind raus. Vielen Dank. Dankeschön. Achso, nee, wir brauchen noch eine Sache. Vergessen. Wir brauchen von dir noch eine Empfehlung der Woche. Du musst einen Kanal empfehlen, den du gerne anguckst oder wo du möchtest, dass andere sich den angucken. Es gibt einen Kanal, den ich sehr liebe, weil er mich einfach fast immer zum Lachen bringt und weil ich die Sicht der Dinge dieses jungen Manne sehr entzückend finde. Und das ist Michi, also Michael Buchinger. Aus Österreich kommt er und er macht Videos, die sind so entzückend, sarkastisch, böse. Der macht halt nicht so Favoriten-Video, sondern der macht so Hassliste. Ja, okay. Und das finde ich ganz schön. Und der bastelt auch mal und zieht das alles ins Lächerliche und hat eine entzückende Art. Und der Kanal heißt? Michael Buchinger. Michael Buchinger. Wird abgecheckt. Vielen Dank. Ja, die Energy YouTube-Show ist vorbei, aber nächste Woche gibt es eine neue Sendung und zwar sonntags um 20 Uhr bei Radio Energy. Das ist das Radio, das kann man einschalten und dann kann man das hören, was wir geredet haben. Zwar viel, also nächste Woche natürlich nicht wir, aber jemand anders oder so. Du machst es auch mit anderen? Ich mache es auch mit anderen. Da lasse ich es richtig krachen.